Schickst du das SMS, wenn es fertig ist? Ja, das muss ich. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Als Kontrollen Luftflug, wir haben ein Punkt, dass dieser Fall hat eine Systeme. Das bedeutet, dass es die Interaktion der Menschen, der Technik und der Procedure ist. Das klingt sehr komplexe, und es ist wahr. Das ist natürlich äusserst befriedigend für die Staatsanwaltschaft, weil tatsächlich in einem Fall wie diesen war das Erstellen der Kaisalkette äusserst schwierig. Und ich bin froh darüber, dass dies funktioniert. Ich bin froh. Gott, ich bin froh. Ich bin froh. Gott, ich bin froh. Alles Liebe. Jeder. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020